So da sind wir wieder Und uns hat direkt mal so ne Meuchelbande wieder gefunden Sie kommen Sind drin Okay sie gehen wieder Tschüss Wir wollten nur ein bisschen Hürdenlauf mit unserem Zaun machen Aber hörst du mal auf ich Hab den Zaun erwischt Ah toll Da kommt der nächste Du bist weg Du bist weg Du bist einfach durchgeliefert Nicht den Zaun kaputt machen Gib mir Mühe Dauer ist auch kaputt Ja Das ist echt hart nervig ne Das ist super nervig Das müssen sie echt nochmal heile machen Vor allem diese Barrikaden ne Die helfen auch noch nicht mehr wirklich Weil wenn die dagegen rennen machen die da an denen auch Schaden Ist ja auch bescheuert Richtig dumm Ich wasche mich mal sonst meckert er die ganze Zeit rum Ich hatte das mit Coven im Blatt noch nie Noch nie Echt Steht immer ganz links unten beachtet eigentlich keiner Nein steht bei mir wirklich nicht Ich hab bei mir eine Reihe von Sachen die ich bauen muss aber Hm So Ich könnte das Lagerfeuer wieder an machen War das Rabbit oder war das dir was wir brauchen Das war wirklich Rabbit Ach schade Ja Ja vorher kannst du versuchen wieder in Gang zu bringen Das stimmt Ja gut komm Drei Stöckchen ab in die Reserve Oh noch ein paar Stöckchen Wie viele hab ich noch Ich hab noch sechs Stück Die tu ich auch mal in die Reserve Sicher ist sicher Mhm Aha Jetzt gehts tatsächlich So wie konntest du dein Leben eigentlich wieder auffüllen Mit Essen Nö Klappt bei mir nicht Nö Nö Sehr gut Läuft halt ne Und drum musste ich halt über voll fressen Also wenn du Wenn du voll gefressen bist Dann halt So hoch Dann kriegst du halt plus weißt du Oh ich bin schon voll Ja Möwe Burn Burn Möwen Fuck Fucker was Oh nein ich wollte mich nicht setzen Ich wollte die Federn sammeln Gut während du dich hingesetzt hast und Federn gesammelt hast Ich sammeln wollte Ich hab hier mal zwei Leute gekillt Sehr schön Alles muss man selber machen Ja Nimm mal die Knochen mit dir ist noch Platz Ja ja Oh Hör mal Ich hab grad nen Löwen Möwenkopf aufgehoben Ich möchte jetzt nicht kämpfen Bitte Ja nicht Hör Nee nicht hier Puh ey Burn Burn Ich könnte eigentlich schon wieder was zu essen vertragen Das ist echt schön Boah der ist explodiert Ach der ist der kacken Möwenkopf ey Ach der ist der kacken Möwenkopf ey Bei mir liegt noch ne Leiche im Feuer ne? Ja bei mir auch Okay Ich hab nur gerade äh Was zu essen Ich hab nur gerade äh noch ein Stück Fleisch reingeschmissen Jetzt hab ich auch nichts mehr Ich brauch ich auch noch irgendwie mal ein bisschen wieder was Mal ein bisschen jagen gehen und noch Ein zwei Rehe für jeden Ein zwei Rehe für jeden Ah das typische halt ne Ja Äh ich kann den Schädel nicht aufnehmen das ist zu viel Da hab ich genug von Ich hab noch drei Okay Den nehm ich noch So Knochen äh Dings ist voll Sehr gut Wie viele Knochen hab ich? Ich hab noch zwei im Inventory Keine hab ich im Inventar Mensch Gibt's ja gar nicht Wär übrigens hart dafür dass wir bei Tag rumschippern ne? Ja ich auch Müsste ja gleich soweit sein wenn ich das richtig sehe Mhhh Mhhh Ja Ja Oh ich hör so schon wieder Da Mhhh Wo Mhhh Mhhh So. next bauprojekt ich verstehe klingt begeistert naja ist ja genug ne ja aber das spiel weiß ja jetzt dass wir das suchen oder kommt einer lampen heinz habe es gehört bei mir ist es natürlich kein lampi wenn man sich alleine ins lager traut ne ja schon wieder gegen zaun gelaufen ist auch als alles heile gut da haben wir nicht getroffen wo hast du den ganzen stein her große taschen mein freund es wird tag das ist sehr angenehm ne ja definitiv ja doch ok wir sind giftig ne bei mir nicht siehst du sie auch brennen also es hat es erwischt ok warum auch immer jetzt den stein als hauptwaffe ausgerüstet hat so letztendlich ist übrigens geplant dass wir den knochen zorn wieder abreißen können ja kein problem für mich gut ja hier soll sein können dass du dem nachtraust oder so oh hier fehlt ein einziger stein kann ich natürlich nicht zulassen hast du gerade gemacht ne ja sehr schön ganz anschaut kannst du jetzt kannst du fahren wir fahren wir fahren wir fahren wir fahren wir fahren wir School of Rock. Lief gestern. Echt? Ja. Film ist nur so semi-geal, finde ich. Ja, ziemlich. Was ich fand, ehrlich gesagt, langweilig. Ist halt eher was für Kinder. Hm. So, wie einfach mal in Minuten so eine Mauer geschustert wird. Oh ja. Und da kommen schon wieder ein paar Kameraden. Oh, nicht dein Ernst. Oh, ich komme. Ich komme. Jungs. Rüft euch mal. Scheiße. Alter, die prügeln mich runter. Die prügeln mich runter. Und einer wirft Brandbomben. Alter. Komplette Panzerung weg. Leben immer noch auf halb. Echt? Ja. Unterhalb. So schlimm ist es bei mir nicht. Ich habe sogar noch Panzerung. Nee, er hat auf mich am drei Stück eingeprügelt. Da kommt noch einer. Ja. Mehr als nur einer. Das ist der Feuerhahn. Ja, ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Er hat eine Rolle gemacht. Oh, das ging schnell. Feuerhahn, skipp mir. So. Den nehme ich mit in mein Zimmer. Hier gibt es schon wieder neue Knochen. Ja. Ich werde den hier aber zuhacken, weil ich den nämlich essen will. Mh, lecker. Ja. Ach, siehst du mal. Zu viele. Hier kannst du schlafen. Okay, dann nicht. Gut, und wenn du jetzt einfach mal meinen letzten Klopf für Rüstung verbrauchst. Das kann ich dir sogar schon am Tag an, wie dreist sie sind, ne? Ja, ne? Finde ich auch. Geht gar nicht. Da will man mal eben eine Mauer bauen, ne? Was für komische Geräusche sie von sich geben. Vielleicht auch mal Stranger, finde ich. Da sieht so scheiße aus, der Kopf, der hier oben aufklebt, ne? Wie so ein Wachskerzenmännchen, wo ein Teelicht drin ist. Was ist denn FNG da hinten? Ich habe da nochmal vier Schädel untergeklebt. Na schön. Aber ich kann keine Knochen mehr aufnehmen, ne? Aber ich kann noch ein paar Knochen mehr aufnehmen. Absolutly overload mit dem Shit. Ich habe jetzt auch alle. Natürlich einer fehlt. Barrett, siehst du ein Reh da auch unter Wasser? Ja. Das habe ich da hingescheucht. Okay. Ich habe einen Stein geworfen, plötzlich läuft es unter Wasser. Ja, ich meine nur so die alten Bugs, ne? Damals sind die ja auch unter Wasser gelaufen, die Kannibalen. Wenn ich hinschwimme, läuft es weg. Fucking Lattic. Du bist auch voll im Bauen konzentriert, ne? Konversationen wird weniger. Ganz ruhig für mich. Ja, kannst du mit handeln, ich weiß. So, jetzt wollte ich aber eigentlich... Nee, nee. Ach so, danke schön. Kann ich denn meinen Rehkopf mal platzieren? Äh, du musst erst ne Halterung machen. Ach so. Ohne dat findest dat nich. So, die Angriffe scheinen wieder weniger geworden zu sein, dann kann ich mich auch wieder raustrauen, wa? Ja. Und zack, kommen die nächsten. Nee, Spaß. Aber wird so sein. Ach, jetzt machst du auch noch ne... ne Dingsmauer. Ja, ich sag doch ne Basis. Na gut. Muss jetzt nicht gebaut werden, ich mach nochmal den Blueprint halt vor. Die Frage ist nur, wo kommen wir jetzt raus? Ach so, jetzt ist da der Eingang-Ausgang. Ja, du hast ja genörgelt, vor allem machst du mittig. Naja, find ich auch besser so. Na also. So. Kommst du hier lang, kommst du hier rum? Machst du mach... dum 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 dum. Dieses Spiel macht aber auch ein bisschen paranoid, ne? Ah. Was denn? NICHT. Dein Rentierkopf gefunden. Ich dachte, was ist das da im Wasser? Ja. Das hab ich da reingeschmissen. Ja, ja. Ich fand den Rentierkopf im Wasser ganz witzig. Ja, hab ich mir gedacht. So, ey, du wolltest was sagen. Ich hab... Bei einem Spiel wird man ein bisschen paranoid. Ja. Nicht nur ein bisschen. Ich hab immer das Gefühl... Ähm, wenn ich in die Weite blicke, dass da irgendwer steht. Ja. Egal ob das Baum stimmt, wo da Büsche sind. Muss immer ganz genau hingucken, damit ich ja, äh... Es nicht verwechsel. Dieses Gefühl kenn ich allerdings. Kann auch sein, dass es absichtlich so gemacht wurde, dass der... Ja, komm. Das ist die Silhouette von dem, was man sieht... Dem ähnlich sein soll. Das möchte ich nicht abstreiten. Boah. Was es... Absicht ist. Meinst du, so gewieft ist er als Grafikdesigner, dass er sich denkt, so... Mach ich das? Ja. Ja. So, ähm... So, weil das müsste nach innen aufklappen, ne? Ja. Ja, irgendwie so. Aber ich hab Hunger. Muss gleich mal was essen. Komm, willst du nicht? Kannst du nicht? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ne, das meine ich nicht. So, also die rechte Seite ist schonmal fertig mit Stein. Sehr nice. Ich weiß nicht, wie weit du auf der Linken bist hier. Aber du machst ja gerade die Blueprints. Blueprints für die Dings. Ja, 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 ja. Ich hoffe, das passt so, wie ich das will, sonst muss ich das wieder abreißen. Sonst wäre ärgerlich. Ja. Für'n Endeffekt. Oh, ja, gut. Dann ich. Alte Lägenhose. Ey. Nicht du. Okay. Okay. Hab ja schon wieder... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach mal Feuer an, los. Ah, ich schon. Ich muss was essen. Ich bin kurz vorm... Verrüngern. Doch, bei mir schon. Jetzt werden's bei mir auch. Jetzt, wo ich selber was drauf geschmissen habe. Den Kopf will ich nicht. Ich möchte ein schönes Stück Fleisch da reinschmeißen. Gut, wenn's nicht anders geht. Medizin. Du musst meinen Helfen mal irgendwie wieder hochkriegen. Nee, du musst halt über... über... Hunger essen. Hab ich auch. Hat... hat er... hat ihn nicht interessiert. Bei mir hat's geheilt. Oh. Ja, ich hab wieder volle Energie jetzt. Komisch. Ob das schon so intelligent war? Was denn? Ein Loch in den Zaun gemacht. What? Achso, beim... beim... beim Knochen-Ding. Ja. Unter Umständen war's das nicht. War's das zu früh, ja? Ja. Dann haben wir zwei Eingänge. Ich kann da einfach wieder ein Stück hinbauen. Wir haben's ja, ne? Wir haben's ja. Wir haben's ja. In Sachen Knochen... Knochen ist ja bei uns Infinity quasi. Ich muss ihn nur finden. den... den... den Knochenzaun. Sind wir bei... Ach nee, das bist du. Ja. Zum Thema Paranoid. Ja. Ja, ich wollte... Ja, ich wollte... Wollte meine... Wollte meine linke Hand schon auf die Escape-Taste smashen. Bäm. Ja, wir machen das mal ein bisschen stilvoll. Wie denn? Etwa mit 23 Minuten? Ha, 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 ha. Hast recht. Wieder dran. Ich merk's aber auch. Immer nur bei 23 irgendwie. Komisch. Ne, ich hab den Zaun mal ein bisschen stylisch verbessert. Aha. Ja. Ja, wenn du mal guckst. Jetzt hab ich fast Angst. Warte. Warte. Hammer, oder? Total. Ja. Ja, das kann nur ich. Das ist voll das Künstler, Alter. Uri Geller und so. So, und jetzt unbedingt die Folge beenden, Jungs und Mädels. Bis zur nächsten Folge. Jetzt sind es jetzt 24 Minuten. Also, äh, freut euch drauf. Genau. Das wird hier noch schön ausgebaut. Dieses, dieses zur See fahren verlängern wir auch immer wieder, ne? Meine Güte, äh. Jetzt muss das noch ausgebaut werden und das noch ausgebaut werden. Also, bis morgen. Tschö, tschö. Ciao. Ciao.